Sehr schön. Was? Was? Wie hide now? Willst du mich verarschen? Awa! Aaaaaaah! Come on. Oh, warte mal. Ach, der kommt doch eh wieder nicht hin, der Dödel. Du. Fagge. Geht das? Ich hätt's geschafft. Ich hätt's einfach geschafft. Oh. Lass mich in Ruhe. Scheiße, Mann. Ich werde einfach durchrennen sollen. Ich muss spawnig in Gefahr. Ah. Ja. Scheiße. Mann. Hm. Speedrun hier. Was kommt jetzt für ein Schocker? Ja. 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 Oh, es geht nicht. Ich. Äh. Ich. 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 wird hier nicht rausgehen da hängt der schlüssel komm her, komm her komm her Ah, ah, ah. Aber ich werde nichts zu verstecken Ich habe den Schlüssel noch Der in mir steht, alter Ich bin unter dem Tisch, du Dödel Es ist mal verwirrend, wie sich die Räume überändern Den Raum kenne ich Ah ok, es gibt mehrere Wege hin Ist das da oben eine Vase? Keine Ahnung So, da sind wir Da sind wir frei Quasi Da ist der Kameraraum Oh, die werden kaputt machen Gehen wir mal weiter Es sieht aus, dass wir die restlichen Sachen finden müssen Und sie auf den Pädestalen Ich weiß nicht, wie ich das weiß Ich glaube, 6. Cent Ein ziemlich schlaues Mädchen Oh, ich glaube, das ist wieder Kein nix dafür Kein nix dafür falsche Seite Geh weg Du dumm Dödel Ich weiß Ich bin hier auf den Sägelhof Ich bin hier auf den Sägelhof Warte mal was Ah, da steht eins Was? Ja? Ah Gut, dann muss los Der wird mich nicht kriegen, wenn ich hier hochkletter Niemals 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 kann er mich hier oben kriegen Never ever Na, du Lusche Du schmeißt Sachen Ich glaube, der hat mich vergiftet Ich bin tot Scheiße Das war Ein Reinfall